Herzlich willkommen zum Mediale Energetik Podcast. Ich habe heute ein spannendes Thema für dich, also dranbleiben. Letzte Woche habe ich ja über die drei Typen berichtet, die sich auf keinen Fall mit Esoterik oder Energetik beschäftigen sollen. Und heute mache ich quasi das Follow-up-Video und möchte dir die drei Typen vorstellen, für die Esoterik oder Energetik absolut geeignet ist und wichtig ist. Also es gibt nicht nur das Negative bei mir, sondern auch durchaus das Positive. Und ich habe da gewisse Menschentypen schon gehabt, wo ich sage, da passt das absolut, auch bei meinen Beratungen, ob die jetzt astrologischer oder energetischer Natur sind, da gibt es Typen, wo das einfach extrem gut ankommt. Typ Nummer eins, Leute, die grundsätzlich sehr erfolgreich sind, die viel Stress haben im Alltag, also sehr viel erreichen müssen, immer organisieren müssen und die womöglich gar nicht so sehr daran glauben, an die Esoterik oder die Energetik. Warum ist das gut? Ich bin immer der Meinung, dass sich alles die Waage halten sollte. Also das Innere und das Äußere sollte sich die Waage halten. Und wenn etwas sehr nach außen geht, wenn man sehr, sehr viel Stress hat, sehr viel Druck hat, auch geschäftlichen Stress hat, dann ist es gut, wenn man einen gewissen Ausgleich findet. Und der kann die Energetik, die Esoterik auch bieten und da wäre es auch gut. Ich habe auch gemerkt, dass eben Leute, die sehr klar sind, Managertypen, Leute, die viel organisieren, die verantwortungsvolle Jobs haben, innerlich sehr gut strukturiert und diszipliniert sind. Das heißt, da kann man energetisch extrem gut auf etwas aufbauen. Das ist so der Gegenpol zu jemandem, der kein gutes Fundament hat in der materiellen Welt. Da wackelt es ja vom Grund auf und da ist es auch schwierig, eben vom Geistigen das Konkrete zu manifestieren. Aber wenn jemand konkret sehr gut dasteht, dann ist eben so das Energetische, lässt sich das sehr gut erden und setzt sich auch extrem gut um. Also das wäre so Gruppe Nummer 1. Sehr erfolgreiche, sehr gestresste Leute oft einmal, die womöglich gar nicht so daran glauben, aber die vielleicht einen Ausgleich suchen, da wäre der Besuch beim Energetiker oder bei der Energetikerin sicher mal zu empfehlen. Typ Nummer 2. Und da bin ich noch einmal bei der Ausgleichssache. Sehr materiell geprägte Leute. Also Leute, die immer nur sagen, ja, meine Sicherheit kommt nur aus der Materie heraus. Da schadet es nicht einmal, sich mit der Esoterik, mit der Mystik, mit der Energetik auseinanderzusetzen. Weil das einfach einen größeren Rahmen, eine größere Perspektive liefert. Und wenn es nur die Dankbarkeit ist, die Demut ist, dass man wieder Energie spüren kann und sich inspiriert fühlen kann. Denn sehr materielle Leute, und das heißt jetzt nicht, dass da jeder wie Dagobert Duck ist, sondern einfach die, das sind Leute, die die Sicherheit im Außen finden, in der materiellen Welt, die erschöpfen sich da auch oft dran. Und da kommen dann ganz häufig mal Ängste auch vor. Und Ängste hoch aus der Erschöpfung raus. Und deshalb ist es da auch gut, wenn sich die mal mit Energetik, mit Esoterik durchaus mal einen Termin ausmachen und da mal eine andere Perspektive reinbekommen. Mein Typ Nummer 3, der sich unbedingt mit Esoterik oder Energetik auseinandersetzen sollte, das sind Leute, die einen Ruf spüren. Leute, die spüren, es gibt mehr, als ich sehen kann und mich fasziniert es einfach. Und da beschäftigt dich bitte damit. Wenn du diesen Ruf hast, mach einen Seminar, mach einen Kurs, lese ein Buch, schau dir auf YouTube was an. Es gibt so viele Angebote. Und ich kann dich nur dazu einladen, folge diesem Ruf, denn der kommt dann wirklich von Inneren. Ich habe diesen Ruf auch gehabt vor Jahren und konnte ihn nicht zuordnen. Und 20 Jahre später kann ich jetzt sagen, wow, das war für mich einfach die bereicherndste Erfahrung, dass ich mich mit dieser Materie auseinandergesetzt habe, die ich wahrscheinlich je hatte in meinem Leben. Und deshalb kann ich nur sagen, wenn du den Ruf spürst, beschäftige dich mit Energetik, mit Esoterik, mit Mystik und folge da deinem Instinkt, lass dich nicht in die Irre treiben. Einfach klar sein, dass niemand mit der Angst spielt, dass niemand mit irgendwas droht, dass keine ich sehe, was du nicht siehst, spielst und dann solltest du da ganz gut auf Kurs sein. Das wären so meine drei Typen, die sich mit Esoterik-Energetik auseinandersetzen sollten. Und ich kann auch jedem religiösen Menschen nur mal empfehlen, auch wenn du Christ bist, wenn du dem Islam angehörst, setz dich mit der Mystik auseinander. Das wäre ein ganz, ganz guter Ansatz. Setz dich mit der Mystik deines Glaubens auseinander, dann kommst du auch noch tiefer rein und das ist eine schöne Beschäftigung. Okay, das wäre es für heute. Wenn du einen Vorschlag für ein Thema hast, dann schreib es mir in die Kommentare. Lass mir einen Daumen hoch da, teile das Video, abonniere den Kanal, da ist mir sehr geholfen damit. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ich bin Oliver Erany, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Lenz und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und alles Gute! 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 Gute!